Hi, ich bin Philip Kuhlen, ich sitze gerade in Münster im Palace und ich wollte euch jetzt mal ein Setup vorstellen. Ich fahre ein Titus Deck, hier, kann man sich schon sehen. 7, 8, 7, 5er Breite, ist jetzt vielleicht für manche ein bisschen schmal. Ich fahre gerne Wheelies und Platt und da sind schmalere Bretter, bieten sich da an. Van der Huxen fahre ich, weil ich keine Hindies gehabt, aber die sind High. Los finde ich kacke, weil man immer Wheel Bites hat. Titus Bones Wheels, 53er, finde ich gut, weil es ist nicht zu schmal, nicht zu breit. Ist eigentlich ganz entspannt. Und dann halt natürlich noch die Titus Tornadoes, damit kann man richtig schön schnell fahren. Und ja, das ist ohne mein Setup. Und jetzt geh ich noch ein bisschen zählen.